Hallo, heute wollen wir euch das Rollholz vorstellen. Das Rollholz ist ein ganz tolles Produkt aus entweder Buche oder Erle. Ich finde es sehr schön geformt und die Firma Black. Gehen so tief, dass die Schultern entspannt bleiben können, dass du nicht den Kopf in den Nacken nimmst. Und noch einmal und dann Fahrradfahren. Große Fahrradfahrbewegung. Jetzt bleibst du oben beim nächsten Mal. Bist gut auf deinen Schulterblättern platziert, deine Knie in Richtung zweiter Zeh. Jetzt lass mal so ein bisschen deine Rolle nach vorne und nach hinten kommen. So rollst du ein ganz bisschen nach vorne und nach hinten. Und aktivierst dadurch deine hinteren Oberschenkel. Lebst du dich hoch und kommst in die Streckung. Und dann kommst du wieder nach vorne, beugst die Arme und hebst die Beine. Und kommst hoch. Und dann probier mal aus wie das ist, wenn du dich ein bisschen weiter nach vorne lehnst.